Herzlich Willkommen zu einem weiteren Let's Play mit dem Herrn Vega! Er spielt mit den Amerikanern, LA Galaxy und ich spiel mit den Italienern, Neapel! Hi! Oida! Es muss jetzt was reißen. Wir müssen auf Angriff gehen Jungs, hilft sonst nichts. Ich habe sonst keine Ahnung wie wir das machen sollen, wie wir irgendetwas machen sollen. Wir müssen auf das nicht gehen. Riecht das schon wieder? Ja natürlich, warum war ich? Das war mir klar. Alter Verwalter, der brezelt mich aus dem Leben! Was zur Hölle geht hier ab? Was zur Hölle geht hier ab? Du hast vorteil? Weltwunder! Wunder! Nein! Alter! Ich muss jetzt wieder... Ja, genau. Genau, genau. Ein Weltwunder! Nein! Jaaaaaaaaaaaaaaaaaa Aber es steht noch 0 und 0 Jaaaaaaaaaaaaaa Wieso schießt du? Wärst weiter gegangen Spielst du gleich das? Spielst du das? JAaaaaaaaaaaaaaaaaaaa Du Bitch!! Spielst du das gleiche Spiel? Hast du die Scheiße gesehen was hier gerade passiert ist bei Lernd? wo hängt er denn alt das ist ja auch mal wird komplett kannst du kurz warten ich hatte ich hatte den ganzen spaß okay also pause und let's go ist es schon ein schluss nicht nur in der schule läuft ja auch nur weiter also der schluss na ja auslacht weiter wie karte scheiß so eine die hütte balle hat einmal der flick flag ich hab kein plan was er gerade getan hat aber okay hände gewaschen weil meine hände verschwitzig waren so das kenne ich gut tu es danke würdest du mal wechseln wer nicht ich meine meine spieler das war das jetzt für die kacke nein kachbar auch abseits weil ich meinen eigenen blut angeschossen habe auch das war so ein fehler der gilt mich gleich alter alter jo hocks ja ich habe mich nur gefällt weil der geschossen tschüss abgefasst da war nicht abgefasst ja genau bei lehrt kein schein läuft mit ich freue mich die ich habe ihn auch nicht mit mir ist recht und ich bin mir recht ja BITCH alles auf du missgeburt jaaa keine ecke ich habe immer Angst wegen uns auf mir da nicht nur du ja genau nicht nur du ja genau ja genau Ja! Ich dachte der geht jetzt daneben, aber ich hab schon Angst gehabt. Ja! 1-1! Dries Mertens! Ja! Von wegen Grätsch erzählt. Du wolltest mich faulen, ich faulen dich zurück. Eigentlich wollte ich den Ball faulen, aber okay. Aber das juckt dich ja auch nicht. Und wenn keine Missgeburt irgendwie hinten bleibt, dass er irgendwie aufpasst. Und einer allein ist, das ist halt auch geil. Du, ist der ein Tor, der war nicht abgefischt. Aber ich dachte schon, der ist abgefischt. Da geht doch sogar irgendwer. Was zur Hölle? Ja! Ja, mach. Hä? Boah, weißt du das? Das... Nein. Abseits. Ich werd echt... ich werd echt wahnsinnig! Ich werd so... Wieso? Das war jetzt zufällig, dass ich den zu dir... Aha! Einer! Ja! Wot! Is! Passiert! Schiri, würdest du mal abpfeifen? Ja! Alter! Solche Fehler! Solche Fehler gehören normalerweise bestraft! Für wen laberst du jetzt? Von dir! Ach, hab ich jetzt schon so viele Fehler gemacht! Du hast hinten schon genug Fehler! Ja! 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 Ich will ja nichts sagen, aber du bist überall! Guck! Das ist kein Fehler, aber du hast mir schon viele Geschenke gegeben! Das war jetzt nicht so! Kackbar! Da war das 2! Verdammt! Wieso sch... du hast die schon? Alter! Ja! Schwer, diese scheißverdammte Latte! Jetzt du! Schwer! Verdammt nochmal! Alter! Verdammt nochmal! Statt dass ich irgendwie durchpassen kann! Im Tunnel oder so! Ja! Hau halt aus! Was ist jetzt schon passiert? Elfer? Ja! Was ist das probiert? Abseits! Ich hab wieder was gebracht! Abseits kriegt man auch schon Geld! No, besser! Das ist vorige Fall, was war, wo ich vorteil hatte! Wohin?! Alter, diese Boah! Wirst du schon froh, wenn die rausfliegen? Oh ja! Hä? Wirst du sie rausfliegen? Ne, er geht mir auf den Keks! Ich meine, wenn deine rausfliegen! Hey, ich führ doch! Wirst du dann froh, wenn deine rausfliegen? Ich führ doch! Ja, tschau! Ja! Ja! Sie ist unentschieden! 2-2! Ja! Tep! Du bist so bescheuert est, wenn ihr das macht! Das ist so bescheuert est! Ja! 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 Ja, genau! komm haus raus. Elfer! Ich hätte aber drüber geschossen. Ich weiß nicht mehr, was ich jetzt schon getan habe, wenn Elfer gewesen wäre. Kein Schwein ist hier. Ich weiß nicht, dass du schießen wolltest. Ach, aber das! Ach, genau. Ja, komm, geh weg. Ist mir relativ egal. Ist mir sowas von egal. Das Spiel ist wie so aus. Wieso hast du das Rote gekriegt? Das weiß ich. Genau, das ist gar nichts. Das ist so typisch. Du hast mich auch wirklich gefoult. Ja, hab ich. Ja. Im vorigen hast du mich wirklich gefoult gehabt. Wieso streitest du es ab, wenn es ein Foul ist? Ja, weil es kein Foul ist in meiner Runde. Das ist einfach nur lächerlich. Das Spiel ist ein Witz. Du hast es schon gelbe gehabt und da reichen teilweise leichte Fouls aus. Alles wird blockiert. Ich kann keine zwei Meter irgendwer machen. Oh, das was passiert. Das ist so. Alter, ist es so. Ja, wechseln! Kalichon geht! Zielinski! Die! 18 Minuten noch. Nein, 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 nein. Ich kann meinen Fuß nicht bewegen. Wie steht voll zu meinem Knie? oh mein gott jungs das muss jetzt erreichen da ist die scheiße noch jetzt auf auf Zeit zu spielen ja genau so sieht es wieder aus ich meine nur bei Zeit wird es wirklich assi ja das nächste Tor ja nächste Tor bitch fährt zu fucking 2 LA Galaxy E-Star einfach nur Blütsdor natürlich das Spiel wenn das Spiel asozial ist bin ich auch asozial zum spiel ganz klar hat er wieder Blöck dieser verholt Tor hat er wieder gehabt also berührt was ist ja nicht das jetzt noch aufhören dann entsteh ich das Game und das Spiel ist abgebrochen das war so klar ich will sie nicht rein machen aber ok er macht jetzt sicher wieder so ein assi foul wo sind welche wenn er macht jetzt wieder so ein assi foul letzte Chance gleich was ist äh ich habe jetzt nichts gefault sondern nur eine Grätsche eine komplett soziale Grätsche ja aber klar ich wollte Stahlpass LA Galaxy hat es gerockt Bläert LA Galaxy LA fucking Galaxy was hat das denn und ist es jetzt mach weiter was machst du yes LA Galaxy 4 zu 2 Nepal Schüsikowski und ich sag auch Schüsikowski er sagt auch Schüsikowski Ballert Ciao